Hallo, ich bin's wieder, Rainer von Ballon Dekoreburg. Heute machen wir einen Clownfish. Natürlich gibt es viele Videos und viele Fotos zum Thema Clownfish. Ich habe hier meine Version, die schön aussieht und schnell ist. Dabei war mir wichtig, den Pinch Twist hier oben und hier unten wegzulassen. Die vorderen Flossen etwas weiter nach hinten zu übersetzen, sodass sie nicht wie bei den meisten hier direkt unter dem Kinn ist. Wir haben einen zweiten weißen Streifen hier am Ende und das Besondere ist, Augen und alle weißen Körperanteile sind aus einem einzigen Ballon gefertigt. So spart man Zeit. Das Ganze macht man dann aus 160ern mit einer etwas kleineren Flosse und dann hat man Nemo. Los geht's! 2 3 4 5 Okay. 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 Und den Nemo macht man ganz genauso aus 160ern, wobei hier dann eine Flosse kleiner ist als die andere. Viel Spaß! Oder mit runterschmeißen und zusammenknoten. Nee! Das war's für heute.